hey freunde da bin ich wieder sauter gaming lords mobile ich wollte euch nur mal kurz zeigen wir machen demnächst ein kisten opening und zwar könnt ihr hier oben den counter sehen sprich da werden dann die goldenen items die pinken items die lila items und die blauen items angezeigt ein kumpel von mir war so nett und hat mir den counter erstellt also ich freue mich schon sehr wir werden demnächst 11.000 kisten auf diesen channel öffnen also es wird interessant es wird diese woche noch passieren also ich freue mich auf euch bis dann